so dann wollen wir mal weitermachen und gehen mal hier raus denn wir können jetzt hier leider nichts mehr machen aber ich habe forschungspunkte erhalten oder karte offline derzeit nicht verfügbar ok anzug stark anzug forschungsmarken 1 raff ich jetzt nicht was kann der verbrecher komisch verstehe ich nicht nettschießer habe ich im besitz rucksackmarken habe ich nicht ok ja strange keine ahnung grad müssen wir mal gucken erst mal hier raus oh ok 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 cool können wir dann gleich einsetzen äh nein doch wo da fertigkeiten das hier wollte ich machen ne griff und wurf oder verbessert den fokus generierung bei hohen kombo zahlen erhöht das timing fenster für perfekte ausweich manöver erweiterte lauer takedown netzangriff schlägt bei gegnern bei hochziehen nieder und räumt den unmittelbaren bereich das ist eigentlich ganz gut ne das ist eigentlich ganz gut ne erhöht das timing fenster des perfekten ausweichens erhöht timing fenster des perfekten ausweichens ist seine gesundheit unter die hälfte gesunden generieren angriffe schnellen fokus genau cool mir geht es stets nur um die wahrheit als reporter und herausgeber habe ich immer die wahrheit genutzt und jetzt als radiomoderator sage ich sie manchmal tut das weh aber es ist meine pflicht sie nun zu präsentieren und die wahrheit ist die stadt ist nicht ruhig sie ist nicht friedlich sie ist eine tickende zeitbombe unter der oberfläche brodelt er hat mich aber auch echt auf dem kieker kann das sein ist ja echt abartig nervo zur hölle noch mal nein ein scheiße jetzt soll ich ein kuhn rucksack ulo hey Ich raff gerade das Rucksackversteck nicht Hier, ne? Warum? Tag Doch, kein Rucksack Hä? Okay Ziemlich strange Ziemlich komisch Verbrechermarten Okay Mal gucken Machen wir mal eben die Nebenmission Da unten Hi Wird schon nicht Ach, ne Ihr macht doch mal, du Blitzbirne Achso Komm schon Oh, sein Arm, Alter Da ist noch einer, oder? Da sind Leute im Auto Sie stecken wegen Trümmern fest Wo? Wo, hier, da Okay Ich hab sie, ganz ruhig Sehr schön Und tschüss Die Unfallverursacher sind in der Nähe Ich muss sie aufhalten Okay Okay Aber wo? In der Nähe? Da hinten? Warte mal Hä? Wer sonst? Scheiße Ja, halt's Maul Komm, tschüss So Du hältst jetzt auch das Maul Tschüss Und der Nächste Komm her So Ab dafür Zack Ja, Mann Das klappt irgendwie nie Ich weiß auch nicht warum Das hat noch nie geklappt Sehr schön Ähm Ich brauch hier noch mehr Verbrechermarken Warte mal Wo haben wir Was ist das? Fiest Äh Polizeirevier Das brauch ich alle nicht Ich bin gerade hier, ne? Das heißt Wir probieren das mal Ich hab mich ja jetzt auch aufgerüstet und so Mal gucken Vielleicht funktioniert das ja Ich glaub zwar nicht dran Aber wir schauen mal Ja, Mann Spidey Schwing dich hier mal Komm schon, Junge Irgendwie, mein ich Ist das Schwingen Das ist jetzt nicht langsamer geworden? Aber geschmeidiger Kann das sein? Hab ich da irgendwas gekauft für? Ja, Mann Sehr schön Und Whams Guten Tag Hi So, bitteschön Ja, halt's Maul Geht mir voll auf den Keks Aber irgendwie bin ich stärker geworden Oder sind die nur zu schwach? Bäm Was ist das jetzt für eine Anzugkraft? Alter Schon hart Nix Halt's Maul Warte mal Da oben Ist einer Und der kriegt jetzt als erstes Nein Scheiße Oh Mist Da oben will ich hin Ah Der ist runtergekommen Der Trottel Wo ist der dumm? Jetzt gibt's saures Und Bäm Ja Der bringt euch nicht um Der verhaftet euch nur Alter, hast du einen an der Ratsche? Ihr seid zu spät, Leute Keine Sorge Ich hab noch jede Menge Face-Kicks übrig Und tschüss Was? Dumm Bruder Scheiße Ich kann auch nix packen Der Tag war schon von Anfang nicht cool Und tschüss Danke Mist Kerl Alter Sind ja eigentlich alle dumm Bruder Ihr seid schon scheiße Aber auch wirklich Bäm Was für ein Arsch Was für ein Wow Wieso eigentlich? Ich hab mich doch weggeschwungen So, mach es halt so Ach ne Vielleicht hätte ich mit einem Lower Take Down angegriffen, wa? Bäm Nein Wo ist der denn? Der Typ Das ist doch scheiße Der nicht dauernd getroffen wird Ne Das ist doch wirklich Der Abfuck des Jahrtausends Das gibt es nicht Ey Wirklich Was für ein Scheiß Oh je Zurück So So mein Freund So Komm mal her Eins Zwei Shit 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 happens Wo war's? Haben die mich entdeckt Ne Was? Ich brauche Rückendeckung Wo denn? Haben die mich entdeckt? Ne Ich geb dir Rückendeckung Da Da Was ist denn da? So So Tschüss Tschüss Ist mir egal Ich werfe die einfach runter Scheiße Sehr schön Ziemlich scheiße von mir Die zwei umzubringen Ne Aber Was soll's Ach du Scheiße Das sind auch noch 100 Ja Kannst du eh nicht Halt's Maul Bin Spider-Man Bruder Halt's Maul Tschüss Hm Wenn du meinst Bam Brems Ihr seid zu spät Leute Keine Sorge Ich hab noch jede Menge Facekicks übrig Sag mal Brudi Da oben Ne Ist jetzt nicht so cool Was ihr da treibt Ne Ich mein ja nur Ich mein ja nur Scheiße Bastard Das ist für den Boss Dein Boss ist ein Wichser Scheiße Mann Mann Halt's Maul Oh Doch ist es Ich kann auch so Was Oh Das hat auch noch Verdammt gut gezündert Gerne Wow Hä Ich habe Unterlagen geprüft Die Baustelle Bezieht Lieferungen Von Kartell Scheinfirmen Toll Sie verschieben Drogen Ja Nicht mehr lange Wow Und wo kam der denn Du Basterd Jetzt ist Schluss Ich muss mich hier echt konzentrieren Halt's Maul Sehr schön Dass ihr eure eigenen Bänder erledigt So blöd möchte ich mal sein Na großartig noch mehr von denen Leute Fisk ist nicht hier Ihr könnt einfach abhauen Ja Mach das mal Dach Tschüss Bams Knockout Seid ihr alle dumm Euch selbst abzuknallen Bams Tschüss Halt dein Schandmaul Und tschüss Ich muss mich hier echt konzentrieren Das geht aber nur Wenn ihr alle in Clown-Autos kommt Das mag sein Spider-Man Scheiße Bruder Was zur Hölle Scheiße Ich kann doch nicht hier alle Hm Glaube ich langsam auch Du hickelhafter Scheißkerl Das überlebe ich nicht Ich kann auch nichts Auf die Draufschleudern Boah Das war knapp Schön Sehr geil Das wird wehtun Nein Halt's Maul Oh Okay Okay Machen wir so Tschüss Bruder Halt's Maul Scheiße Wo kommst du denn Her Bruder Was ist los Hier Da kommt noch mehr Ne Muss ich da rüber Hä Das war's doch noch nicht Warte mal Boah Bastard Hier ist noch einer Hier ist noch einer Hier ist irgendwo noch ein blöder Spaß Da Du Halt's Maul Fifi Ey Meine Fresse Ist ja furchtbar Juri Ich hab hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designer Drogen Sie warten schön abgepackt auf dich Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis Halt's Maul Drogen Das war's doch noch nicht so Drogen Ich hab hier Drogen 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 Drogen